Jägerlacke – Spezialitäten, die begeistern Mit den Jäger-Markierungsfarben haben Sie für jeden Einsatz und für jede Anforderung das geeignete Markiersystem. Mit den Jäger-Markierschablonen können alle wichtigen Verkehrs- und Hinweisschilder aufgebracht werden. Die wiederverwendbaren Schablonen sind aus 1 mm starkem Kunststoff gefertigt. Hierzu verwenden Sie Kronalux-Linienmarkierspray für normale Beanspruchung oder Kronalux-Markierspray für qualitativ hohe Ansprüche. Auch Parkplatzmarkierungen können bequem mit den Markierschablonen durchgeführt werden. Zum Einsatz kommt der Jäger-Handmarkierer, mit dem ein rationelles Arbeiten möglich ist. Jäger-Markierungsfarben – für jeden Einsatz das passende Markiersystem. Jäger-Markierungsfarben – für jeden Einsatz das passende Markierspray.